Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Investigativ. Heute bei mir zu Gast im Studio ein Mann, der nur heute und nur bei mir exklusiv eines der größten Geheimnisse unserer Zeit lüften wird. Hallo Herr Fonski, herzlich willkommen. Hallo. Sie kannten doch Siegfried Teitelbaum? Ja, das hatten wir dann schon mal. Herr Fonski, erzählen Sie uns doch bitte, warum Siegfried Teitelbaum sterben musste. Teitelbaum? Ja, Teitelbaum.